Ihr habt auf eigene Kosten ein Gutachten gemacht, jetzt habt ihr Erfolg gehabt im Verfahren oder auch nicht und wollt diese Kosten zurückerstattet haben? In diesem Video sage ich euch wie. Welcome at ActiV. Mein Name ist Michael Langhans, ich bin ehemaliger Rechtsanwalt und dies ist mein YouTube-Kanal. Wie ich bereits in anderen Videos dargestellt habe, bin ich der Meinung, Gutachten vermeiden. Wenn sie es nicht vermeiden lässt oder bereits aus der Vergangenheit ein Negativgutachten vorlegt oder eben das Gericht aus sonstigen Anknüpfungstatsern an Gutachten ohne eure Beteiligung hat erstellen lassen, stellt sich die Frage, wie wäre ich mich dagegen? Natürlich, dafür gibt es ja auch diese eigene Videoserie von mir, häufige Fehler im Gutachten, kann man das Gutachten zerlegen. Noch besser ist es allerdings, wenn man ein Gutachten mit einer anderen Wertung, mit einem anderen Ergebnis vorlegen kann oder zumindest auch die Fehler und Mangel im Gutachten gutachterlicherseits belegen kann. Das kostet allerdings eine ganze Menge Geld, Geld, das die meisten zumindest nach dem Gutachten nicht mehr haben. Und deshalb stellt sich immer die Frage, kann ich diese Aspekte ersetzen? In einem normalen Zivilprozess wäre das nicht das Problem, weshalb Parteiauslagen gegebenenfalls festgesetzt werden können. Im familiengerichtlichen Verfahren haben wir aber das Problem, dass ja hier keine vom Obsiegen abhängige Kostenentscheidung getroffen wird. Und genau deshalb ist die folgende Entscheidung wiederum des Oberlandesgerichts Hamm, hier 25w 94-13, eine ganz wichtige. Die Aufwendungen für die Beauftragung eines Privatgutachtens sind zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich. In Bezug auf prozessbegleitend eingeholte Privatgutachten ist die Erstattungsfähigkeit entsprechend der Aufwendungen allerdings insoweit eingeschränkt, dass es Sache des Gerichtes ist, Beweiserhebungen durch Einholung von selbstständigen Gutachten durchzuführen. Die Rechtsprechung hat die Erstattungsfähigkeit prozessbegleitender Privatgutachten aber dann bejaht, wenn es darum geht, ein gerichtliches Gutachten zu überprüfen, zu widerlegen oder zumindest zu erschüttern. Mit weiteren Nachweisen auch in den Kommentaren zu diesem Video bzw. auf meiner Seite www.aktivenews.com. Ja, was heißt das? Im normalen Zivilprozess, wie ich gesagt habe, natürlich die Erstattungsfähigkeit dieser Kosten. Im familiengerichtlichen Gutachten gegebenenfalls eben auch als PKH-Kosten, weil sie eben zur zweckentsprechenden Verteidigung notwendig waren aufgrund dieser Entscheidung. Damit habt ihr effektiv die Möglichkeit, euer Geld zurückzubekommen oder zumindest teilweise zurückzubekommen, weil damit das Oberlandesgericht Hamm zu Recht anerkennt, dass man letztlich ja ohne eine sachverständige Gegenbegutachtung kaum eine Chance hat, das, was das Gericht initiiert hat, zu widerlegen. Beziehungsweise folgen die Gerichte ja sowieso im Zweifel immer ihren eigenen Gutachter. Deshalb ist diese Entscheidung eine ganz wesentliche, die ihr kennen solltet, die ihr eurem Anwalt mitteilen müsst, um eben den Schaden für euch so gering wie möglich zu halten. Denn einer der wesentlichen Aspekte in diesem Land ist ja, dass man am Ende vielleicht gewinnt und trotzdem finanziell verloren hat. Das war's. Ich würde mich über Kommentare von euch freuen oder den ein oder anderen Like. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren. Bis bald!